Management studieren An der Hochschule Makromedia heißt das Praxis pur. Bei den Sport- und Eventmanagern am Campus München beginnt das zweite Semester mit einer Outdoor-Exkursion. Das eigene Erleben ermöglicht ein tiefes Verständnis, wie Managementprozesse funktionieren. Ein Best of the Learnings hier für euch als Reihe. Wir trainieren die Studierenden vor allem hinsichtlich Entscheidungskompetenz. Und der Sport und die Spiele, die wir machen, sind ein idealer Träger für ein direktes Feedback, was Entscheidungen anbelangt. Warte, warte, Kata, geh mal ein Stück weit hoch. Es geht wieder hoch. Ja, Kata, komm, wir sind hoch wieder. Oh, gesundheitlich. Es ist jetzt höher, als wir angefangen haben. Ja, runter, Leute, kommt schon. Was macht ihr denn? Oh, es ist so, es ist auch gar nicht. Große Entscheidungen aber müssen gut durchdacht werden. Und gerade, wenn ich größere Verantwortung im Unternehmen habe, muss ich Systeme besser verstehen. Und das üben wir hier. Eins, zwei, drei. Wo sind die Finger? Ja, das geht ja ganz aus. Der letzte Versuch für Sie. Das Spannende bei diesen Spielen ist, dass einem bewusst wird, wie schlechte Entscheidungsfälle wir sind. Wir treffen Entscheidungen auf ganz minimaler Systembasis. Wir verstehen relativ wenig und arbeiten uns mit Try and Error, mit Versuchen, Irrtum. Wir arbeiten uns einfach voran, scheitern, kommen ein bisschen weiter. Das ist alles, was wir haben. Vielen Dank.